Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mini 60 Gramm mit 1400 Touren. Es lief eine Stunde und eins, jetzt noch 32 Minuten. Die Hauptwäsche wird jetzt auch gleich zu Ende sein. In 8 Minuten. Und ja. Bettwäsche eine Person plus ein Bettlacken 90 mal 2 Meter und 1 Meter 60 mal 2 Meter. Und ein paar Lappen. Ja. Es ist eine Minute später und ich melde mich gleich nochmal. Ich hole euch dann zum Zwischenschleudern wieder. So. Jetzt wird zwischengeschleudert. Ich stelle euch jetzt ins Regal. Dann viel Spaß. Bei, denke ich mal, einer Ohnbucht. Werde ich euch dann am Anfang schon sagen. Und ja. Okay. Eine Ohnbucht. Eine kleinere. Das aber, denke ich, eigentlich nicht. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich weiß nicht, ob man es eben gehört hat. Ich weiß nicht, ob man es ist. Das war's mit einem kurzen Jourdern. Und ich schneide jetzt einmal ganz kurz was raus, weil ich einmal zur Maschine muss, um da was zu holen, was auf der Maschine steht. Wir hatten das verpasst, das war jetzt für 5 Sekunden oder so. Ich hätte nur kurz mal eine Tasse geholt. Dann geht es weiter, wenn sie in den Wasserstand hat. Ja Leute, ich habe mich dann dazu entschlossen, dieses Video doch zu beenden. Deswegen sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Es wird heute noch ein Video folgen.